Ja, Ahoi, guten Tag, ich bin Markus von Blaumann & Co. Wir statten Unternehmen mit Berufsbeteilung aus, von Kopf bis Fuß, von XS bis 6XL und unsere eigene Druckerei und Stickerei sorgt auch noch für die richtigen Logos in der richtigen Stelle. Vor drei Jahren habe ich hier in Bad Oeynhausen das traditionsreiche Berufsbeteiligungsfachgeschäft von Rolf Kralos übernommen. Hier in Oeynhausen fühle ich mich pudelwohl. Wir haben eine bunte Mischung an Gewerken, vielen Inhaber geführten Mittelständlern. Gleichzeitig ist das für uns auch der größte Vorteil, all diese Unternehmen mit Berufsbeteilung auszustatten. Schön, dass du da bist.